was geht ab und willkommen beim neuen video ja freunde ich war jetzt zu meinem bruder in seinem friseurladen und werde mir die haare machen ich würde sagen von ich nehme euch mal heute mit leute wir sind jetzt da aber wie kann man so ein pech haben wie ich meine ganze kamera leute sie klebt ohne ende ich kann froh sein dass die kamera gerade noch angeht warum wenn mein ganzes energy hier rüber gekippt ist meine komplette hose ist nass leute bis zu meinem arsch aber wir sind da freunde das ist so eklig hier mit der hose das geht von hier leute einmal bis zu meinem arsch rüber und meine kamera leute die ist so eklig ich wollte doch nur haare schneiden jetzt werden erstmal hier die hauen strengen gemacht also wie das wie das aussieht ich sehe aus wie diese schwimmer kennt ihr die alles klar ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder so freunde ich zeige euch jetzt wie die haare aussehen und so schaut schon eigentlich echt cool aus genauso wollte ich die super lockere leichte blonde streben freunde jetzt werden die geschnitten und ich würde sagen wir sehen uns dann gleich wieder so leute ich mir jetzt bei meinem baby hey 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 Obtypliplipliplipli. Check. Zack. Mange. Ja, doch. Oh, ist dein Kopf dagegen geknallt? Komm her, komm her. Hey, au, au, au. Au, langsam, hey, Baby. Au, au, was beißt du mich, hey? Hey, was ist los mit dir, was ist los mit dir? Hopp. Schick. Hopp. Vielen Dank.